Also ich bin in meiner Coaching-Zone, in meiner Coaching-Zone kommt ein Ball zu mir. Ich will den Ball holen und einfach zum Saner geben. Der hat mich geschubst, der wollte schnell spielen, hat mich geschubst. Und dann habe ich reagiert, so wie ich nicht reagieren sollte, mit meiner Hand auf seinem Gesicht. Und das geht nicht in Ordnung und dann geht auch die rote Karte absolut in Ordnung. Ich habe mich in meiner Coaching-Zone provoziert gefühlt und einfach reagiert, wie ich nicht reagieren sollte.